hallo christian ja servus hallo heute gibt es doppeltes auf augen und ohren denn wir haben hier den neuen voll verstärker von marans und den passenden srcd multisource player dazu und los geht's viel spaß viel spaß hallo und schön dass ihr wieder eingeschaltet hat bei einer neuen ausgabe auf unserem youtube kanal ich bin der christian von schmitz hi-fi aus koplenz und heute möchte ich euch die model 30 serie von marans vorstellen oben auf der srcd 30 n und unten drunter der beschriebene voll verstärker model 30 ja model 30 was ist das man sieht es schon es ist so ein bisschen die reminiscenz an alte zeiten 50er 60er die hochburg des hi-fi ist als marans tatsächlich dann auch so den licht der welt erblickte und diese model 30 soll tatsächlich einfach ein bisschen wieder an die guten alten zeiten erinnern die form sprache man sieht es direkt das klassische bull auge was wir hier vorne sehen auch diese ja schon fast kulturen haften frontblenden die wir hier haben also alles zusammen eine ganz schicke geschichte und jetzt schauen wir uns die details mal an kommen wir zunächst zum motor der ganzen kette dem voll verstärker ich persönlich finde super ist ein einfach klassisch analog aufgebauter verstärker ohne viel schnörkelei ohne irgendwelchen digitalen prozesse die da im hintergrund werkeln rein analog das ist wirklich so der der kernpunkt den marans hier getroffen hat mit dem model 30 wir haben hier den input schalter man hört das schon wenn ich ihn bewege einmal richtig massiv satt rastet er ein die relais klacken im hintergrund wir haben einen extrem hochwertigen phono eingang das heißt ich kann nicht nur einfach zwischen mm oder mc hin und her schalten beziehungsweise nur m m anklemmen sondern ich kann gerade im mc bereich die unterschiedlichen umwerte einstellen das finde ich tatsächlich eine schöne geschichte weil ich noch viel individueller auf mein jeweiliges tonabnehmersystem eingehen kann also gerade für eine integrierte verbaute lösung wirklich top gemacht vom marans wir finden hier die klassischen klangregler also höhen und tiefen und natürlich noch ein balance regler wichtig unser lautstärkeregler elektronisch gesteuert ist also kein schleif oder drehputi dahinter sondern wir haben eine komplette elektronische erfassung des lautstärkesignals was dann hinterher über verschiedene schaltkreise komplett diskret gesteuert wird und ganz wichtig ein absolut hervorragenden kopfhöreranschluss also damit kann man wirklich arbeiten ich brauche hier nicht auch für hochohmige kopfhörern separaten zusätzlichen verstärker sondern das eingebaute modul macht das ganz hervorragend schauen wir uns mal die rückseite an hier sehen jetzt die schön gestaltete rückseite des verstärkers unten der phono eingang mit massiver masseschraube die analogeingänge für die angeschlossenen quellgeräte dann haben wir hier ein record outfit tape deck zum beispiel wir haben einen ausgang und noch endstufen zum beispiel anschließen zu können und dann ein prozessor in da kann ich ein av receiver zum beispiel anschließen um das gerät dann als reine endstufe zu benutzen das heißt über den eingang wird quasi die vorstufen sektion des gerätes deaktiviert das hier sieht man schon sind massive lautsprecher klemmen kommen natürlich menschen zugute mit großen händen also hier kann ich richtig festen zug drauf geben alles sehr massiv gehalten genauso wie das gerät komplett an sich es hat massive seiten wangen das ganze gewicht hat knapp 15 kilo auf die waage und ja also man merkt da hat marans tatsächlich mit und aus dem vollen geschöpft hier sehen wir noch zwei eingänge da kommen wir gleich zu wenn man den srcd ein bisschen näher besprechen und jetzt werfen wir noch einen blick ins innere des gerätes wir sehen hier ganz mittig zentriert den großen gekapselten transformator die endstufen ic ist das netzteil lautstärkesteuerung unsere elektronische regulierung kanal getrennt links und rechts und im vorderen bereich dann die ansteuerungselektronik für das runde oled was wir vorne durch das bullauge dann sehen und man sieht also wirklich viel elektronik viel ausstattung die wir in dem gerät finden und jetzt schauen wir uns den srcd an kommen wir nun zum kongenialen zuspieler dem srcd 30n wie man schon aus dem namen heraus hört es handelt sich nicht nur um cd spieler sondern auch um ein srcd zuspieler des weiteren ist dieser 1000 sasser tatsächlich noch mit weiteren features ausgestattet marans hat dem gerät ein heos streaming modul spendiert das heißt wir hatten ja schon einige videos verlinken wir euch auch hier noch mal zu heos zu dieser gesamten familie dem ökosystem was marans denon entwickelt hat und das finden wir hier auch wieder das heißt das gerät ist airplay 2 zertifiziert zum beispiel es kann über diverse streaming dienste wie spotify title dieser amazon et cetera betrieben werden und ist daher nicht nur rein als analoger sondern auch als digitaler zuspieler aus der cloud zu sehen des weiteren haben wir integriert das finde ich ganz spannend auch einen richtigen hochwertigen dac also ein digital analog wandler ich kann also beliebige andere digitale quellen über unsere klassischen tos link aber auch usb anschlüsse anschließen und da werfen jetzt mal ein blick auf die rückseite dann erzähle ich noch ein bisschen was zu den details so hier sehen wir auf der rückseite viele viele eingänge viele schnittstellen die das gerät mit sich bringt ganz wichtig zu sagen also wir haben hier fast 14 kilo das heißt die materialschlag die wir im vollverstärker schon gesehen haben setzt sich in dem quellgerät natürlich fort alles wirklich massiv wie gesagt knapp 14 kilo also das ist für einen zuspieler schon echt wirklich eine hausnummer hier sehen wir zwei antennen einmal für bluetooth einmal für wlan 2,4 und 5 gigahertz werden unterstützt kommen wir zu den analogen ausgängen wir haben hier einmal fix level das ist der anschlussmöglichkeit die wir benutzen um an den vollverstärker zu gehen variabel hat ganz spannend das gerät hat eine vorstufensektion integriert das heißt wenn ich den variablen aktiviere kann ich zum beispiel aktiv lautsprecher daran anschließen um direkt dieses gerät quasi als quelle vor verstärker an die lautsprecher anzuschließen und darüber zu betreiben so was finden wir denn noch hier klar klassische netzwerkschnittstelle brauchen wir wir haben eine usb schnittstelle da kann ich massenspeicher anschließen also das finden wir in diesem heos ökosystem dass ich ja an diese ganzen bausteine externe festplatten et cetera anschließend usb sticks mit daten die ich dann über die app abgreifen kann wir finden hier unsere tos link sektion einmal die optische variante einmal die coax variante usb das ist eine ganz interessante geschichte haben wir schon viel zu erzählt hier können wir tatsächlich hochbit files bis 348 kilohertz und 11,2 megahertz dsd dateien zuspielen also das ist tatsächlich höchste güte hier kommen wir dann zu der variante anschlussmöglichkeiten beziehungsweise steuerungsmöglichkeiten für den voll verstärker zum einen werden infrarot befehle natürlich wieder gegeben es ist eine sehr schöne metallfernbedienung im lieferumfang dabei natürlich bei beiden geräten da werden die fernbedienungsbefehle je nachdem was ich letztlich dann ansteuern möchte vom verstärker zum quellgerät oder umgekehrt wiedergegeben wenn ich die heos app nutze und die lautstärkeregulierung durchführen möchte dann wird auch die lautstärke impuls hier über den ausgang an den voll verstärker gegeben dementsprechend regel ich den voll verstärker damit auch wenn ich hier den fixlevel anschluss benutzen an dieser stelle befinden sich zwei digital ausgänge also falls man irgendwann mal das bedürfnis haben sollte ein noch höherwertigeren dac einsetzen zu wollen das ist die schnittstelle um ihn damit zu verbinden unten drunter finden meine erst 232 schnittstelle die benutze ich zum beispiel für home automation steuerungssysteme et cetera ihr in klar da können wir einen externen infrarot auge anschließen wenn wir das gerät irgendwo im schrank verstecken wollen das lässt sich damit auch realisieren und nun schauen wir mal hinein hier vorne sehen wir die analog sektion schön symmetrisch aufgebaut linker und rechter kanal dann haben wir das gekapselte laufwerk die komplette wandlungseinheit das heißt digital analog konvertierung mit dem heos modul drauf man sieht sehr schön dass auch das laufwerk hier dran angeschlossen wird ganz wichtig also nicht nur daten die aus der cloud über den dac extern zugespielt werden sondern auch die die vom laufwerk kommen werden auf dsd qualität quasi gemastert und dann analogisiert über den ausgang ausgegeben hier haben wir noch einen schönen ringkerndraffer also man sieht richtig viel material schlacht auch im gehäuse was soll ich sagen also marans hat hier wirklich ein sahnefilet abgeliefert ja also einmal der voll verstärker die ist rein analoge dazu dem passenden srcd streaming client richtig schön alles egal welchen knopf man hier dreht ja oder drückt also man merkt man hat was in der hand es ist haptisch sehr schön sehr ansprechend was wir uns auch mal jetzt gleich hier anschauen können diese illuminierung sieht man von vorne nicht weil es relativ hell ist aber gerade in dem dunklen raum gibt es ein richtig schönes licht auch die farbgebung hier jetzt klasse schwarz gibt das gerät aber auch in dem schönen gebrochenen silber gold gefällt mir auch sehr gut also ja den klang wie klingt das denn das müssen wir natürlich auch noch besprechen wer marans schon mal gehört hat ist ja eines oder der ältesten und mehr oder weniger auch bekanntesten hi fi schmieden die es gibt der verbindet den marans klang immer mit einem warmen musikalischen unterton also das ist nie was was analytisch daher kommt und genau das haben wir bei den geräten auch marans verbaut in beiden ihre hd am technik das ist auch noch eine ganz spannende geschichte das heißt wir reden nur von diskreten oder fast ausschließlich nur von diskreten schaltkreisen hier werden also klassische ices oder ic operations verstärker durch ein schaltkreis ersetzt und diese technik ermöglicht halt tatsächlich viel schnellere ansteuerungswerte und viel tatsächlich dann auch harmonischeres klangbild und das schafft marans also man muss sagen das ist eine richtig tolle kombination hier steht natürlich auch einzeln also man muss ja nicht immer zusammen kaufen auch einzeln genau da wo es hingehört macht spaß also das ist wirklich tolles hi fi vielen dank marans dass ihr das rausgebracht habt also vorbeikommen anhören gerne einen termin machen wir bauen euch das hier oder natürlich auch zu hause auf damit man das mal hören kann von daher lasst uns ein like hier abonniert den kanal und wir freuen uns euch hier oder bei euch zu hause bei einer tasse kaffee treffen zu dürfen macht's gut schmitz hi fi aus liebe zur musik schmitz hi hause bei einer tasse kaffee